Die Spencer Hill Crew auf Geheimer Mission in Italien. Irgendwo hier versteckt sich ein echter Schatz. Wir sind auf der Suche nach einem originalen Filmmotorrad von Terence Hill. Und tatsächlich, wir haben's gefunden. Hey Matteo, was hast du denn hier aufgetrieben? Das ist das Motorrad von Terence Hill. Stimmt, der Mann, der durch die Dunkelheit ritt. Genau, und das bringen wir jetzt nach Deutschland. Die Goosie, das originale Terence Hill Filmmotorrad. Bald für euch im Museum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017